Die Schweiz soll künftig allen internationalen Strafinstitutionen Rechtshilfe leisten können, zum Beispiel jenen, die schwerwiegende Verstösse gegen das Völkerrecht untersuchen. Dem hat nach dem National auch der Ständerat zugestimmt. Bisher mussten jeweils separate Gesetze erlassen werden für solche Rechtshilfegesuche, etwa bei den internationalen Straftribunalen für Ex-Jugoslawien oder für Ruanda. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sich im Ständerat für die Änderung aus. Diese Institutionen vertreten Werte der internationalen Staatengemeinschaft, die wir als Schweiz immer gefördert und auch unterstützt haben. Die neue Regelung entstand, weil die Schweiz vor vier Jahren ein Rechtshilfegesuch ablehnen musste. Es ging um den Mord am ehemaligen libanesischen Regierungschef Rafi Kariri. Auch im Fall des Libanons hatte die Schweiz die Errichtung des Tribunals ausdrücklich unterstützt. Dass das Rechtshilfegesuchen abgelehnt werden musste, weil in der Schweiz eine Rechtsgrundlage Zusammenarbeit fehlte, war unbefriedigend. Der Ständerat sagte deutlich Ja zum Geschäft. Die Pestizidbelastung in Schweizer Bächen und Flüssen ist möglicherweise deutlich höher als bisher angenommen. Das zeigt ein neues Mess- und Analyseverfahren des Wasserforschungsinstituts der ETA, der ERWAC. Die Forschenden haben ein neues mobiles Labor entwickelt. Es misst vollautomatisch die Belastungsspitzen im Zusammenhang mit Pestiziden. Die neuen Messungen über eine längere Zeitspanne zeigten, dass die Belastung durch gewisse Pestizide bisher deutlich unterschätzt wurde, um das bis zu 170-fache, schreiben die Forschenden. Sie halten fest, solche Spitzenbelastungen könnten für Ökosysteme gefährlich sein. Dies, weil bereits nach kurzer Zeit negative Auswirkungen auf die Lebewesen in den Gewässern festgestellt wurden. Noch zwei Meldungen in Kürze. In Australien stehen Teile der Insel Fraser Island in Flammen. Die Hälfte der beliebten Touristeninsel sei bereits zerstört, melden die Behörden. Der Brand schwillt demnach bereits seit sechs Wochen. Er könnte durch ein illegales Lagerfeuer ausgelöst worden sein. Japan will den Autoverkehr im eigenen Land weniger umweltschädlich machen. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie sei dabei, ein Ziel auszuarbeiten. Mitte der 2030er Jahre sollen keine Neufahrzeuge mehr zugelassen sein, die mit Benzin betrieben werden. Die Börsendaten von SIX. DSW's Market Index liegt im Moment bei 10.437 Punkten. Er ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Das Wetter, heute vorübergehend recht sonnig, zunächst noch Wolkenreste, am Nachmittag im Westen und Süden erneut bewölkt bei 2 bis 6 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, am Mikrofon Ursula Vogler, verantwortlich Afra Galati. Das war die Börsendaten von Radio SRF, am Mikrofon Ursula Vogler, verantwortlich Afra Galati. Das war die Börsendaten von Radio SRF, am Mikrofon Ursula Vogler, verantwortlich Afra Galati.